hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal schön dass ihr heute wieder dabei seid ich möchte euch in diesem video zeigen wie genau ihr mit bunten blättern trockenrosen machen könnt was ihr benötigt ist eine zange wickeldraht dann habe ich hier noch so ein draht der ist so längst aus dem bastelbedarf wieder genau heißt kann ich gar nicht sagen aber ich glaube es würden auch ja andere geschichten tun wie zum beispiel ist ein stäbchen und holzstäbchen oder so was eine art oder ein ast es geht letztendlich darum dass man die blätter daran befestigt dass die blüte nicht einfach nur lose rumliegt und hauptbestandteil sind diese blätter dann habe ich hier noch so wickeldraht ich weiß wickelband ob ich das brauche weiß ich noch nicht werde ich schauen gut als erstes nehme ich eins von diesen langen drehten drehten ich weiß gar nicht wie man dazu sagt naja vielleicht könnt ihr weiterhelfen und dann nämlich ein blatt halte das und in der mitte und dann beginne ich mit der spitze das hier drin aufzurollen quasi wie so ein schneckenhaus rolle ich das jetzt hier könnt ihr das gut sehen so sieht es jetzt aus hier und damit das ganze auch fest bleibt nehme ich jetzt hier diesen draht da ist jetzt auch der anfang jetzt schon gemacht und als nächstes wieder ein blatt halte das jetzt wieder so und damit in dieser mitte durch und dann knicke ich das so um könnt ihr das sehen so nach innen umknicken und falte das so rum mit dem nächsten blatt verfahre ich genauso ich wickele das hier so klappt das nach innen von der seite um klappt das von da auch von der seite so um und dann wickele ich das wieder hier so rum ihr seht vorne dieser stab guckt so ein bisschen raus den werde ich jetzt gleich wieder verstecken und so verfahre ich jetzt immer so weiter und so fort wickele hier einmal wieder rum damit das nicht so rutscht und dann kommt das nächste blatt wieder falten umklappen wie so ein hemdkragen im grunde genommen und dann setze ich das hier wieder dran ja so fahre ich jetzt fort und ich zeige euch das ganze dann in zeitraffer ja ihr seht es braucht ein bisschen geduld beim drehen dieser blüten und der metallstab ist rausgegangen aber ich erkläre euch nachher nochmal wie es besser machen könnt ja und so nach und nach habe ich dann halt diese blüten aufgebaut genau ja wie ihr schön sehen konnte hat das mit diesem drahtchen nicht funktioniert das ist immer wieder rausgerutscht ich habe jetzt tatsächlich so ein holzstäbchen genommen was man sonst beim chinesen mit namesen so zum essen bekommt genau so ein griffstäbchen und das benutze ich jetzt einfach für die halterung quasi dass ich habe eine einzelne blüten die nicht am stil befestigt sind ich habe sie hier zum beispiel so reingelegt und wie man das näher arrangiert kann man ja sich selbst überlegen aber ich befestige das erstmal hier grob und dann nehme ich dann auch wieder dieses stäbchen raus das ist jetzt auch nicht gerade so schön aber genau also einmal diese spirale eine schnecke dann das ganze hier einmal so falten wie so ein kragen von einem hemd hier oben so gegenlegen vielleicht auch noch ein zweites blatt nehmen das geht natürlich auch mit anderen blattformen das muss jetzt nicht irgendwie diese ja sage ich mal augenblattform sein das können noch andere sein von ahorn etc und einmal rumwickeln und das nächste blatt wichtig ist auch dass die blätter nicht zu trocken sind diese sind halt noch nass und wenn die jetzt zu trocken sind brechen sie euch weg also das macht dann keinen sinn so werdet ihr die nicht gedreht bekommen und ich lege das hier so rum wie bei einer rose im grunde genommen muss man sich nur vorstellen wie die aussehen leicht gesagt ne aber ich halte das hier wie gesagt auch immerzu wie so ein hemdkragen und lege das hier so drum überall wo dann diese lücke entsteht kommt wieder so ein kragen drum und so weiter und so weiter bis ich dann die ganze blüte geformt habe dann braucht da ein bisschen übung für aber es lohnt sich und ich sag jetzt schon mal vielen dank fürs zuschauen vielen spaß beim nachmachen habt einen schönen herbst und wenn euch das video gefallen hat hinterlasst gerne ein like abonniert gerne meinen kanal und schaut gerne wieder vorbei ich danke euch tschüss ich habe die blumen neu arrangiert heißt sie von dem grünen blatt genommen in eine alte sammeltasse drapiert quasi mit anderen bunten blättern da mit dem liebesperlenstrauch etc und so sieht das ganze jetzt fertig aus ich denke das ist doch ein schöner herbst gruß der sich sehen lässt und sag mal viel spaß beim nachmachen gutes gelingen und euch noch einen schönen herbst bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal